Das ist der Stuttner Berg, die sanfte Linie am Horizont täuscht. Es ist steiler, als man denkt. Jugend muss 5,8 Kilometer hier rauf und die Erwachsenen sogar über den Horizont rauf. Dort, wo eben der Horizont den Himmel trifft. Dort, wenn man das geschafft hat, fast die überhängenden Steigungen, dann hat man es geschafft. Der Campanay-Berglauf erdrückt und wer nicht gut einteilt, der kreucht am Schluss. Der leidet. Man muss es auch zu erkennen, diese Strecke. Roland Müller ist seit 15 Jahren Präsident von Campanay-Berglauf und er läuft selber mit. Roland Müller, zum 23. Mal Campanay-Berglauf, du bist 15 Jahre Präsident. Was bedeutet dir persönlich, den Berglauf? Ja, es ist mir schon ziemlich ein Herz gewachsen. Es ist schon wie ein kleines Kind für mich, wo man jetzt doch sehr viel Zeit investiert hat die letzten 15 Jahre. Es ist für mich auch immer schön, wieder hier einzurennen. Es ist immer wunderbar, wenn du nachher die Ampe bist. Wir müssen mal ein bisschen aufzoomen. Du bist Physiotherapeuten, du siehst sportlich aus. Also auf rennt man nicht, wenn man nicht trainiert, oder? Er rennt man, glaube ich, nicht, wenn man nicht trainiert. Aber zu Fuss mit Walking-Steig kommt man schon ein, wenn man nicht trainiert hat. Aber es wird schon wahnsinnig streng oben hin. Und da werden wir auch schon bei dem, wo du hier gearbeitet hast, also seit 14 Jahren gibt es auch etwas für die Kinder, gell? Und natürlich eben auch Walking, das ist auch möglich, du hast einiges gearbeitet, gell? Also den Jugendlauf, den gibt es schon seit dem Anfang. Die ersten 5,8 Kilometer. Dann den Kitzlauf haben wir noch eingeführt, der ist ja da im Turnhallen Unterdorf, wo wir rundherum rennen, für die ganz kleinen Kinder. Also mir, das bist du gewesen, gell? Zum 14. Mal gibt es das, unter dem Präsidium ist das entstanden, oder? Den Kitzlauf, ja. Und Nordic Walker, die haben wir auch schon seit, ich glaube jetzt schon elf oder zwölf Mal. Ich glaube, über zwölf, ja. Genau, wo man jetzt die mit den Stöckern hier einwalken kann. Aber wir haben nicht wahnsinnig viele Teilnehmere abends bei den Walker, leider. Aber dann haben wir einen Prominenten, hey. Der Roland, der Prominente, sagt er, wäre er, unser neuer Gemeindepräsident. Der wagt, der hat nicht trainiert und er wagt, hat er gesagt. Er hat aber schon mehr mitgemacht, unseren Grabser neuer Gemeindepräsident. Er ist, glaube ich, auch schon gejoggt. Aber ich glaube, das erste Mal jetzt beim Walken. Das erste Mal in der Strecke unterwegs, ja. Sehr gut. Sehst du, gell? Und da sieht man vielleicht auch, es ist wirklich eine Faszination, gell? Es laufen wirklich unglaublich viele Leute mit und tun sich das an. Die Jugend 5,8 Kilometer, die Erwachsenen 8,8 Kilometer. Am Schluss geht es fast überhängend rauf. Ich habe mich noch gut erinnern, wo ich mitgelaufen bin mit einem Radiotomband, das ist extrem. Also, wahnsinnig grosses Interesse, gell? Ja, wir können eigentlich zufrieden sein für so einen Berglauf, dass wir immer so viele Teilnehmer haben, ja. Es ist, glaube ich, für viele auch einheimisch, einfach mal zum dabei sein und mal da einkommen. Das reizt schon noch viel, denke ich. Ist es ein Tag vorher? Also, es ist jetzt Samstag kurz vor dem Start, eben von diesen Kits, das ist immer natürlich auch etwas Schönes. Ich bin vorhin gerade hergefahren und gesehen, schon bei der Autobahn hat es einen Wegweiser. Ist auch international bekannt, der Berglauf? Ja, wir haben jedes Jahr internationale Läufer hier, also vom Südtirol kommen ein Jahr sicher zwei. Wir hatten schon Läufer von Polen, von Tschechien, von Deutschland kommen immer viele, natürlich Österreicher. Wir hatten auch schon Australier hier, Japaner auch schon. Und dann starten wir eben. Ich mache jetzt mal ganz klein, ein bisschen, eben, die EGD-Strasse runtergeht. Wir sehen es dann natürlich, morgen auch der Start, also heute noch Kind, morgen in der Start. Und dann geht es so, sagen wir mal, jetzt mal locker, geschätzt zwei Kilometer, relativ eben. Und dann kommt die erste Steigung dort, oder richtig Lukas aus. Und dann geht es los. Und dann trennt sich das Feld meistens ein bisschen, oder? Ja, also es ist schon nach anderthalb Kilometern geht es darauf. Und dann geht es gemächlich darauf, bis zu sechseinhalb Kilometern. Und dann geht es erst richtig los, dann ist das Einlauf vorbei. Also nach dem Schor, gell, Kilometer 5,8, dann geht es noch etwas weiter bis etwa Kilometer 6,5. Und dann geht es dort schräg hoch, Schwendiweg. Und dann erst oberhalb vom Schwendiweg sagst du, ist es nicht mehr gemächlich, oder was ist für dich nicht mehr gemächlich? Also für mich fängt es abends dort beim Rätikon an, wo es Kistrasse darauf ist. Dort wird es erst einmal richtig steil, ja. Und dann kann man sich vielleicht noch ein bisschen erholen, Schwendiweg führen und dann geht es dann noch einmal richtig los. Dann stehen wir genau am richtigen Ort, an diesem Kieswegli dort. Genau. Und nachher, gell, oben da ist schon wirklich extrem, also wirklich extrem steil? Oben ist dann wirklich steil, ja. Das ist vielleicht noch lustig, einmal haben schwarze Läufer mitgemacht und auch Frauen. Und die eine habe ich dann dort im Steil noch überholt, die ist dann auf allen Vieren dort rauf. So ist es mir nämlich auch gegangen. Also es ist dann dort wirklich, es ist nicht mehr viel, gell? Hast du das Gefühl, zwei Kilometer, das muss jetzt noch locker drin liegen. Aber am Schluss könnt ihr wirklich einfach noch die Luft abstellen und fertig ist es? Ja, die letzten 400 Meter sind dann noch sehr steil. Man würde ja nicht glauben, dass die zu lang sein können. Ich habe eine falsche Erinnerung, die 8,8 Kilometer in UG vor 45 Minuten. Also die Rekordzeit ist unter 43 Minuten. Wahnsinn, ja. Was läufst du? Ja, eine Stunde 15, dort umeinander wahrscheinlich. Und da müssen wir jetzt ehrlich sein, wahrscheinlich ein spezieller Gampeney-Berglauf, wahrscheinlich auch ein bisschen Hitzeschlacht, dermal, ja. Ja, morgen wird es sehr warm, dann werden die Zeiten wahrscheinlich ein bisschen langsamer sein. Wir werden schauen, dass wir genug Getränke und Schwemme zum Kühlen unterwegs sind. Und dann kommt man schon an, die Augen vielleicht ein bisschen langsamer. An was liegt das, dass das Grabs eine Sporthochburg ist, was jetzt so das Berglaufen betrifft? Und früher hatten wir ja dann das Villio-Rennen, 7,2 Kilometer von der Glocke im Vorhalb rauf. An was liegt das, dass das Grabs, dass schon die Sporthochburg richtig höher ist? Ja, ich denke, es braucht Initiativen, Leute, die so etwas ins Leben gerufen haben vor 33 Jahren. Und dann, wenn man das Initiativen immer weiter züchten, dann kriegen wir einen Namen über und dann, ja, dann kommt es dann halt so weit. Du vergisst das Präsidium am Petra. Du hast bis jetzt alle deine Nachbarn mobilisiert, habe ich festgestellt, die Mokadinnen zu mitschaffen und so, oder? Jeder hat gesagt, ja, ich kenne ihn, er ist mein Nachbar, er ist mein Nachbar und so. Also, es braucht so Leute. Und du gibst es jetzt ab, Peter. Warum das? Ja, jetzt nach 15 Jahren ist es mal gut, wenn es neue Ideen gibt. Und für mich ist es auch gut, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit wieder für anders habe. Aber Sprint ist auch das Nächste wieder mit als auch Nicht-Präsident. Ja, wenn es gesundheitlich zuläht, würde ich sicher wieder mitmachen, ja. Was wäre schon dein grösster Wunsch bezüglich dem Gampenei-Berglauf, der jetzt für den 33. Berglauf, wo es hier stattfindet? Also der grösste Wunsch ist natürlich, dass alle gesund oben ankommen und wieder gesund oben ankommen. Das ist natürlich der grösste Wunsch. Und dass alle Spass haben und ein schönes Erlebnis ist für alle. Und das ist es mit Sicherheit. Das fängt einmal schon am Vortrag an. Das sind die Kleinen. Oh, das ist ja der Nachwuchs, der natürlich auch mal laufen muss. Der Gampenei-Berglauf, das ist ein Volksanlasskrebs. Da laufen eben die Kinder, Mikro-Kinder, dann meine Kinder, meine Kinder, Maxi-Kinder. Das sind jetzt Mikro-Kinder. Und die Väter diskutieren über die neuste Uhr, die sie haben. Und natürlich sind die Kinder zum Teil nervös, aber eben auch motiviert. Die Fotografen suchen übrigens auch die besten Plätze. Und dann gibt es auch mal, hat das Krangel. Und dann natürlich den grossen Support von den Eltern, man unterstützt bis zur letzten Sekunde. Die Mütter warten genau hier in der Kurve, wo sie durchlaufen sollten. Und dann sind die Stadt der Mikro-Kinder. Nur gerade ein paar hundert Meter, ich weiss nicht mal genau wie lang. Ich musste auf jeden Fall noch springen, weil sie nachher mögen. Und das Ziel habe ich dann tatsächlich verpasst. Ja gut, also auf jeden Fall. Also der Einsatz, da müsst ihr das erste Laptop. Das ist wirklich absolut super. Und die Eltern auch noch mitlaufen. Ihr seht, Springen ist ein absolutes Volksfest. Das ist wirklich erstaunlich. Peter hat alle Händen voll zu tun. Der eine muss sagen, ihr dürft noch nicht in den Parkour rein. Die anderen holt es wieder. Du musst ins Ziel, du musst ganz durchlaufen. Für jeden gibt es einen Bändel. Also die Rangliste ist halb so wichtig. Es gibt wirklich für jeden einen Bändel, gibt für jeden einen Preis. Und es ist eine riesige Freude. Laufen also macht Freude. Bewegen heisst ja auch leben. Und das Leben als Klaps, das spürt man allen Orten. Und Spiken schon seit ewigen Zeiten ist mein Schulkollektor Robert Schumacher. Noch anderthalb Minuten bis zum Start der Mikroknaben. Ich habe 21 Läufer auf der Startliste. Jahrgang 2012 bis 2015. Das Vorher waren die Mikromeiter und jetzt können die Mikroknaben. Und eben, es geht jetzt gerade zum Starten. Und damals wollte ich den Ziellauf nicht verpassen. Und darum bin ich eben beim Ziel gestanden und habe gewartet. Ihr seht die riesige Freude, die da durchspringen. Und es drückt halt so noch. Also nochmal. Ich habe es wirklich probiert. Ich habe den Start gefilmt bei den Mädchen. Ich habe dann nachher probiert, eben mit zu springen, dort kurz um die Kurven herum. Und auch rundherum natürlich, weil ich durch das Ziel musste haben. Und ich habe es in der Tat nicht geschafft, dass die kleinen Krotten, die erdrücken. Und ihr seht auch, es ist auch ein Spiel. Es ist etwas Freudiges. Es ist emotional etwas Wertvolles. Und jeder kriegt immer einen Bändel über. Das positioniert natürlich eben der Laufsport so etwas sehr Positives. Wir sehen es hier. Ein Bändel für jeden. Das ist es wirklich, was sehr sympathisch macht. Der Lauf-Event hier für die Kleinen am Vortag vom Gamperein Berglauf. Ich habe mit Robert Schuhmacher kurz gesprochen. Röpi, was bedeutet das für dich jetzt, dass die Kleinen auch so springen? Es ist doch schön, dass es um einen Lauf gehört. Es ist heiss heute, oder? Ja, brutal. Und da mag man Berg auch als Futter-Nieterläufer? Ja, sicher. Und vor allem dann auch morgen, wenn es dann auch in die Höhe geht. Das ist dann schon eine zünftige Anstrengung. Und hat der Recht, natürlich muss man essen und trinken. Das ist dann auch ganz wichtig. Motivation und Bestätigung sogar in der Küche. Und dann? Robert Schuhmacher, nein, super Filmer, Herr Farberger. Hey, springst du auch Nadine? Nein. Warum nicht? Ich habe mir gerade den Fuss abgekauft. Oh, zeig. Schau, blutere ich in die Zechen. Aber eins von den Kindern schickst du, oder gerade alle? Ich schicke alle Kinder. Wahnsinn, he? Freier Tag. Yes. Zwölf, elf, zehn, fünf, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, nüch. In diesem Moment müsste der Start der Folge sein. Der Countdown für eine Meitle war genau richtig. In diesem Moment sind sie gestartet, die Mini-Meitle. Einmal um das Unterdorf rum, hat es versucht geheißen. Mini-Meitle, Mini-Bube, einmal um das Unterdorf rum, ich glaube, das sind 400 Meter. Mini-Meitle und Buben zweimal um das Unterdorf rum, weil sonst sind das 600 Meter. Und dann die Maxi-Meitle und Buben, den nicht mehr Geschlechtigen, trennt dreimal um das Unterdorf rum. Ihr seht, es geht brutal rassig. Das ist schon der Einlauf von den Mini-Meitle. Und natürlich, ihr seht einen grossen Abstand, aber es spielt gar nicht so eine Rolle. Mitmachen ist wichtig und eben Freude am Laufsport. Es geht darum, dass alle Freude haben. Auch wenn die Letzterinnen können, kriegen sie immer noch einen Applaus rüber. Das ist ganz etwas Wichtiges, das man eben zeigt, man wird alle geschätzt. Die vielen Zuschauerinnen, die vielen Zuschauer, die engagierten OCA-Mitglieder, die verhelfen dem Campanenberglauf an diesem Freitag schon zu einem Highlight. Das sind jetzt die Mini-Bube. Die springen auch einmal ums Unterdorf rum, kraxeln, die steigen da rauf, gehen alles. Und auch hier ist es eben wichtig, dass das Ansporn in jedem Ecke stehen. In jedem Ecke stehen irgendwelche Verwandte, sei es ein Onkel, Tante, Grossmutter oder ein Grossvater. Wirklich ganz enorm schön, wie die hier angespannt werden, rund ums Unterdorf rum. Ja, und da können Sie schon die Midi, ich komme schon gar nicht mehr draus mit all diesen Mikro, Midi, Mini und was. Das sind jetzt die Midi-Mäutchen, die zweimal ums Unterdorf rum springen. Und ihr seht, am Schluss läuft immer noch jemand mit, der auch ein bisschen motiviert. Und dann der Ansporn an jedem Ecke, hopp, hopp, gib ein bisschen, heien, heien, heien. Das ist unglaublich, also ein wirklich schöner Vortag zu diesem Campanenberglauf. Und man spürt auch, also mitmachen ist zwar wichtig, aber ein gewisser Stolz haben natürlich die Eltern und Grossvetter oder was auch immer schon. Ja, hören wir mal ein bisschen zu. Ich glaube, was ist dran. Ja, das ist immer noch wichtig. Das hat Grossmutter, das wollte nicht gefilmt werden. Das ist ihr Enkel, der 86er, da mit den grünen Hosen. Aber natürlich müsst ihr dann Stolz, zwei Kindergärten in der Unterricht diskutieren. Also wer trainiert, ja, der vertreibt da die Hitze. Und dann sind schon dran da, ihre Kinder, die rundherum springen. Und dann die Grossmutter, schaut, was macht der Enkel. Oh, er ist in zweiter Stelle. Also ein Stolz ist ganz eindeutig natürlich da. Aber auch riesige Fairness, auch wenn die anderen können, da klatschen wir mit. Man klatscht vor allem, man ist begeistert, was da auf die Beine gestellt wird von diesen OK-Mitgliedern, wo wirklich ein unglaubliches Engagement dahinter steckt. Oh, schau mal hier, Grossmutter mit dem Enkel. Ja, der gibt sicher noch irgendwie ein Geschenk oder etwas. Natürlich fotografieren wir es auch wichtig, dass jeder einmal drauf ist. Also das ist doch wichtig, dass man etwas vorweisen kann. Jetzt das, die Maxime-Mitgliedern-Buben, die laufen jetzt zusammen. Dann der Start von denen. Die laufen gerade dreimal um das Unterdorf rum. Das ist wirklich eine recht happige Laufstrecke, weil es ist sehr, sehr heiss. Man muss halt aufpassen, dass man das mitmacht. Der Grossvater, habt ihr gesehen, hat gerade schnell ein bisschen aufgegeben. Und dann könnt ihr und ich sehe nicht mehr, wo ihr dort gewesen seid. Und dann gibt es Diskussionen, hallo, 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 hey und so. Ich habe es nicht genau verstanden, was ich gesagt habe. Und natürlich, der Brenner, das Weissen, ich weiss, dass man eben auch verbrennen muss. Wir haben gesprungen, ich stehe mit der Lara und seiner Frau. Und dann seht ihr, Grapps eben zeigt, dass man auch Multikult ist und jeder kriegt einen Bändel rüber. Toleranz auf allen Ebenen, Freude am Laufsport, Freude am Sport, das macht Grapps eben aus. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum der Gamper-Neinberg-Lauf auch fast ein internationales Interesse findet. Vielleicht auch wegen der Pastaparty hier, oder wegen der Getränke, wegen der Freundlichkeit. Ja, auf jeden Fall, der Samstag war immer vorbei und dann sind wir am Sonntag losgegangen, über 8 Uhr bin ich mit dem Velo losgefahren. Kleider sind aufgebracht worden, Zuschauerinnen, Zuschauer, dann etwas wieder oben ab, ein Reisenverkehr, da bei den Balzen, bei der Verpflegungsstation, bin ich stehengebleiben und habe mir ein bisschen erklärt, was sie da machen, Wasser einfüllen für die Schwämmchen und ein ganz freundliches Team, ich habe mich noch eine Batterie da verloren und die habe ich wieder rübergekommen. Und dann bin ich beim Jugendziel gewesen. Hast du im Griff? Ja, ja, sicher ist es im Griff, du musst das da nicht weinen. Du willst auf, dann haben alle einen Chip. Ja. Und dann ist es automatisch, wenn es gut geht, oder? Ja, es ist einfach, ihr steht einfach nur für einen Chip. Und dann, wenn du drüber gehst, hat es dich. Das war bei Kilometern 5,8 das Jugendziel. Du, wie lange hast du gebraucht vom Bederberg hierher? 20 Minuten. Super, hey, rekordzeicher. Hast du eine Schächte dabei, mit drei Stiften zu ordnen? Nein, gerne. Es hat Petra gesagt, es sei alles. Es hat ja nichts gebraucht, es ist alles gut gelaufen. Jede Panne, die es gegeben hat, hat man kurzfristig professionell behoben. Man war für alle Fälle gerüstet, auch die Samariterinnen sind da gewesen. Nein, Petra, ich suche den Beda vom Zwischenziel. Beda, du bist gefragt. Das Problem war über schlechte Telefonnets und darum über Perfunk, aber das ist gut gegangen. Ja, wir haben ein schlechtes Netz, aber die Anlage läuft soweit. Verstanden, welches Status des Uploads? Anfangen. Ähm, ist Pfeil 37. Ja, und der Status ist Ron oder Noni? Der ist Ron, ja. Okay, Moment. Wie gesagt, die Edi Panne ist kurzfristig behoben worden, auch die. Ich spüre heute schon, aber ich merke den Ski gelangen von hier. Und da war der Klemmer behoben und dann konnten die Leute aussteigen. Ein Haufen sind von der Jugendhilfe im Schor ein bisschen weiter runtergelaufen, wo sie eben natürlich auch einen Start runtergesehen haben. Es war riesig heiß und ein Haufen hätten sich wahrscheinlich das Ski-Club-Wetter, ein kleines bisschen kühler, zurückgewünscht. Aber es war jetzt eben auch so, wie es war. Dann ist man da runtergelaufen, weil unten dran hat man wirklich einen Start runtergesehen, hat von unten in einer Kurve fähnen können und ist ganz nah beim Ziel gewesen. Ja, und der? Du bist gelaufen, oder? Ja, wie verrückt. Die Schweiz ist jetzt schon. Der Fussballklub-Präsident von Grabsen erkennt, was machen Sie da? Was machen Sie da? Schwämmeln. Schwämmeln. Duschen bereit machen. Schwämmelwasser hat natürlich Hochsaison gehabt, ganz klar. Hat es einen Haufen Leute gehabt, um sie zu transportieren? Ja, jetzt kommt gerade ein bisschen, ein Schübel voll Leute, ja. Ja, im schönen Wetter. Du bist fast ein schönes Weg. Genau, kurz vor dem Rätikon laden wir es aus. Das ist dort, wo es dann definitiv anfängt, zünftig zu steigen. Also, so ein Schädelbus ist natürlich schon wirklich gut, dass man da aussteigen kann, aber... Ja, schau mal, der Sportlerer kommt da. Hey, kommt der Sportlerer, nicht zu Fuss da. Ja, ich muss da nachher springen. Aha, gut, okay. Das hat mich überzeugt. Und jetzt ist es darum gegangen, dass man beim Start unten zuschaut, wie es dort losgegangen ist. Das gelbe Solarmobil, glaube ich, ist es. Das gelbe Mobil ist immer vorgefahren. Das ist die Jugend, der rechts übrigens. Wenn man nicht alles drückt, ist das der Sieger nachher von den Erwachsenen gesehen. Ich hoffe, Sie täuschen mich nicht. Und seht ihr, wie die darauf losbringen. Und seht ihr, der links, der rot, der Danny Fetsch, er war ja zuerst an der vordersten Front. Und natürlich, ihr könnt dreimal raten, wenn ich das so sage, wird auch weiterhin an der vordersten Front bleiben. Der ist wirklich gesprungen wie ein Wies, fast aufgekatapultiert wie ein Treibfederli. Wir werden das alles noch sehen. Geniessen den Applaus. Und ihr seht, nicht nur die Förderer werden applaudiert, eben auch die hinteren. Es geht wirklich darum, dass alle, die da mitmachen, einen Applaus überkönnen. Und der Bäsenwagen, das sind die Orangen da, die, die dahinter sind, das ist der Bäsenwagen. Und wenn die dann vorbei sind, dann ist es losgegangen. Und dann, ihr seht es hier beim ersten Anstieg, kurz vor Kilometer zwei, der Danny Fetsch schon zünftig voraus. Da fängt das Licht an zu steigen. Das ist die erste Steigung. Und die anderen, die beissen sich an ihn, her, probieren alles. Ja, wir schauen das einfach mal zu. Übrigens muss ich noch etwas sagen, wir haben natürlich schon alle gefilmt, alle irgendwie drauf. Aber wir können nicht gar alle zeigen. Ich habe ein bisschen wahllos einfach rausgeschnitten, damit nicht gerade das allzu lang geht. Aber hoffentlich, ihr habt eine Freude daran. Und vielleicht hört ihr, wenn ihr genau hört, wie sie atmet, schon da, kurz vor Kilometer zwei. Ich kann euch noch eines sagen, auch beim Velofahren. Ich hatte ein E-Bike. Es war wirklich extrem heiss. Und diese heiss Witterung, die es ja vor einer Ehre etwas kühler war, natürlich vorher, vor einem Monat, und jetzt auf einem auch so heiss, die macht natürlich einem schon wirklich zu arbeiten. Ich habe ein E-Bike. Ich bin mir ein E-Bike. Die Kurven sind die meisten gestanden, weil man von hier weg auch ein Ziel gesehen hat. Denifetschi bin mit dem E-Bike im Nahgefahren. Ja, KMH-mässig. 12 bis 14 Kilometer. Am Schluss ein Resistenz-Tempo durchgezogen. Immer wieder auf die Uhr geschaut. Da jetzt ganz kurz vor 26 Minuten. Und wirklich eine unglaubliche Leistung, wie der Junge hier raufhüpft. Einfach wie ein Federchen, kann ich noch sagen. Also muss ich richtig postieren. Auch mit dem E-Bike, wenn man nicht die grösste Unterstützung braucht. Dass man ihm eben auch nahe mag. Und dann beim Ziel, kurz vorher, seht ihr noch mal einen Endspurt. Und dann natürlich einen riesigen Applaus. Und dann müsst ihr mal schauen, wie er da her steht. Er hat sich sicher ausgegeben, aber er kann mit dem umgehen. Er weiss, was er sich abverlangen kann. Er ist auch eben geicht. Auch wenn es um Hitze geht. Wenn es eben darum geht, am Schluss noch durchzuhalten. Dann natürlich sind ein nach dem anderen gekommen. Auch da haben wir gefilmt. Aber natürlich nicht alle. Einfach so eine Auswahl. Die waren wirklich erledigt. Und das verstand ich gut. Und dann sind wir bei der Stadt der Erwachsenen. Däune beim Unterdorf. 8,8 Kilometer. Also zuerst mal einen Schorren hoch. Die gleiche Strecke. 5,8 Kilometer. Dann nachher nochmal 3 Kilometer. Und ihr werdet sehen. Also die letzten 1,5 Kilometer. Die kann man, wenn man nicht schön einteht. Höchstens noch kräuchen. Sich hochquälen. Dann ist er. 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 Dann sind er sehrfried. Ja, auch als Zuschauer hat man den Schatten gerne gesucht. Wir sind ein wenig weiter hochgegangen, unser Standort bei Kilometer 2, und wir haben runtergeschaut, was sich hier abspielt, wer zuerst kommt. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Die 3, die 4, Dennis und 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 und